Ich bin der Michael Beck, bin seit 1. September 1986 beim Unternehmen, habe da zum Lernen begonnen. Seit 1. Februar 90 bin ich in der Fachabteilung als Schutztechniker eingestellt und kümmere mich darum, dass wenn Fehler draußen in den 20kv und 110kv-Netzen sind, dass die Fehler punktuell auch abgeschaltet werden. Bis heute ändert sich ja laufend die Technik, wird ein bisschen komplexer und kompakter und das ist das, was uns eigentlich ausmacht und auch Spaß macht. Jeden Tag was anderes, jeden Tag steht man vor anderen Problemen oder muss Lösungen suchen, uns dann beim Kunden repräsentieren, wir sind jetzt da, wir helfen dir, wir lösen dein Problem. Das macht einfach Riesenspaß da. Ich habe dann 1993 einen Industriemeister gemacht, da hat eigentlich alles da, der Arbeitgeber, dass ich mich in der Firma entwickeln konnte. Wir bewegen uns mehr in den größeren Anlagen, Selektivstationen und Umspannwerken. Da sind die Schutzgeräte verbaut. Wir machen Inbetriebnahmen, Abnahmen, also wenn neue Schalthäuser, Umspannwerke, neue Felder in Betrieb gehen, überprüfen wir die Gewerke, die unsere Partnerfirmen hingestellt haben, auf Herz und Nieren. Sämtliche Funktionen, Stromwandler, Spannungswandler, Schaltfunktionen, Schutzgeräte dann an sich selber, das Herzstück von der ganzen Anlage. Und wir versuchen immer wieder, jede Situation aufs Neue und genau zu dem Zeitpunkt, wo man es erlebt, zu bewerten und entsprechend zum Handeln. Und das sind immer dann so Highlights, was erwartet mich da. Man geht schon mit einer bestimmten Grundvorstellung da raus und dann kann man sich voll entfalten und für den Kunden da sein.